Ja, hallo und nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Das ist also die FIGA World und wie ich sehe, werden gerade die Rohrleitungssysteme installiert und das ist ja eine Aufgabe für die Fachhandwerker. Herr Bieg, Fachhandwerker müssen in Gebäuden wie diesem die unterschiedlichsten Systeme für verschiedene Medien installieren. Worauf kommt es Ihnen hier an? Ja, ein wesentlicher Punkt ist die Sicherheit bei der Verarbeitung der eingesetzten Produkte und Systeme und natürlich eine einfache und baustellengerechte Bedienung mit den entsprechenden Presswerkzeugen. Ja, jetzt ist ja FIGA seit Jahren für seine hervorragenden Presswerkzeuge bekannt. Kann es denn da, Stefan, überhaupt noch Verbesserungen geben? Ja, auf jeden Fall. Kommt mal mit, das zeige ich euch gerne. Wir stellen tatsächlich in diesem Jahr eine komplett neue Generation von Pressmaschinen und zusätzliche digitale Services vor. Hier haben wir die neue Pressgun 6 Plus, ein komplett neu entwickeltes Presswerkzeug, das die Verarbeitung der Rohrleitungssysteme noch flexibler und sicherer macht. Die Pressgun 6 Plus ist für alle FIGA Rohrleitungssysteme von der kleinsten bis zur größten Dimension geeignet. Im Vergleich zu Pressgun 5 ist sie nochmal 6 cm kürzer und damit kompakter geworden. Die Montage in beengten Situationen wird durch den um 360 Grad drehbaren Pressplackenkopf wesentlich erleichtert und die zwei LED-Leuchten am Werkzeug leuchten den gesamten Arbeitsbereich sehr gut aus. Ich habe gerade etwas Neues an der Maschine gesehen. Lassen Sie mich mal gucken. An dem Aufhängepunkt an der Maschine habe ich, wenn ich zum Beispiel auf einem Gerüst arbeite, eine sichere Befestigungsmöglichkeit, um die Pressgun an einem Seil nach unten sinken zu lassen. Super! Oder ich befestige beim Arbeiten mit dem Pressbooster ein Tragegurt an den stabilen Aufhängepunkten. Das verschafft mir ein einfaches Handling. Das hat natürlich schon Vorteile, wenn man in engen Schächten auch an schwierige Stellen kommt. Aber Stefan, sag mal, genau vor mir steht ein Presswerkzeug, das in seinen Dimensionen kleiner ist als das, was ich von euch kenne. Habt ihr hier was Neues? Hier haben wir jetzt eine völlig neue Lösung, die Pressgun Pico 6 Plus. Ein super leichtes Presswerkzeug für die völlig unkomplizierte Einhandbedienung. Dank der Inline-Bauform und der um 180 Grad drehbaren Pressbacke lässt sich bequem jede Pressstelle erreichen. Die Pressgun Pico 6 Plus dient dabei als natürliche Verlängerung meines Arms und durch die Beleuchtungs-LED wird auch bei der Pressgun Pico die Pressstelle ausgeleuchtet. Die Digitalisierung begegnet uns ja mittlerweile schon überall. Jetzt hast du Andeutungen gemacht, dass das auch schon fürs Presswerkzeug von Figa der Fall ist. Könntest du da noch was konkreter werden? Ja, Vernetzbarkeit und smarte Funktionalitäten sind bei der neuen Generation der Pressguns inklusive. Die Pressgun kann man über Bluetooth mit der Figa Tools Service App verbinden. Mit dem Smartphone verbunden erlaubt das zum Beispiel das Ablesen des Akkustands oder des nächsten Serviceintervalls. Ich meine, die Anzeige von Informationen auf dem Smartphone ist ja ganz nett. Also ich bin mir sicher, dass ihr da bei Figa schon längst einen Schritt weitergegangen seid. Da hast du recht. Über die Tools Service App können auch Einstellungen der Pressguns vorgenommen werden. So kann zum Beispiel erstmals eine Nutzungssperre aktiviert werden. Sie ermöglicht die flexible Einstellung von Nutzungsbeschränkungen, die zur automatischen Abschaltung führen. Beispielsweise, wenn ein bestimmter Zählerstand, ein Datum oder eine Uhrzeit erreicht ist. Damit wäre das Werkzeug nach einem möglichen Diebstahl wertlos? So ist es. Zusätzlich verbindet sich die Pressgun über das Smartphone mit der Figa Service Plattform und kann alle Informationen in das Büro des Fachhandwerkers übertragen. Damit kann ich mein Werkzeug auch lokalisieren und kann mir in meinem Büro einen Überblick verschaffen, auf welchen Baustellen meine Werkzeuge zurzeit eingesetzt werden. Kann ich über diese Plattform auch planen, auf welcher Baustelle ich wann welches Werkzeug benötige? Auch das ist möglich. Außer der Figa-Werkzeuge können auch zum Beispiel Fahrzeuge als mobiles Werkzeuglager für die verschiedenen Bauprojekte eingeplant werden. Über die Service Plattform können Sie aber auch einen Service Auftrag für eine Wartung der Figa-Werkzeuge einstellen. Für meine Baustellen benötige ich aber nicht nur Figa-Werkzeuge. Und dafür haben wir unseren Figa-Tracker, der ebenso entsprechende Informationen an meine App sendet. Darüber haben Sie die Möglichkeit, andere Werkzeuge wie die bisherigen Pressmaschinen oder auch weitere Werkzeuge zu vernetzen und Ihren gesamten Werkzeugpark zu lokalisieren und zu managen. Also ich merke, Figa hat mal wieder für die Fachhandwerker an alles gedacht. Ganz herzlichen Dank, Stefan, für diese tollen Informationen. Auch vielen Dank, Herr Bieg, für diese spannenden Impulse. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Interesse haben an weiteren Figa-Themen wie technologischer Fortschritt, digitales Bauen oder Trinkwasserhygiene, dann schauen Sie sich gerne auch die anderen Folgen an.